Mein Name ist Christian Brändli, ich bin einer der Ältesten der Freien Reformierten Gemeinde in Elk und zusammen mit Voice of Hope möchten wir dich gerne einladen zu dieser jährigen Voice of Hope Konferenz in der Schweiz. Richard Friesen, Sebastian Engelhardt und Nathanael Armisen werden zum Thema «Eine Familie mit Gott im Zentrum» verschiedene Vorträge halten. Es erwartet uns eine auf erbauende Gemeinschaft, es wird dort einen Büchertisch geben. Das Ganze wird umrahmt mit einem Chor und Ensemble und wir freuen uns dich am 27. April in Ephrätikon, Zürich sehen zu dürfen.